Hallo, das ist ein kleines Intro zu Liascript, sprich den neuen Features von Liascript. Liascript, für die, die es noch nicht wissen, basiert auf einer einfachen Erweiterung von Markdown. Das heißt, jeder, der Markdown beherrscht, kann im Prinzip schon loslegen und Liascript-Dokumente für die Lehre zum Beispiel zu schreiben oder zu entwerfen oder einfach nur um seine Projektdokumentation auf GitHub interaktiver zu gestalten. Das heißt, hier benutze ich den Atom-Editor zum Schreiben der Markdown und hier, das ist das Liascript-Preview-Plugin. Das heißt, wenn ich mal hier irgendwas schreibe, wird es auch tatsächlich geupdated. Das heißt, Liascript beherrscht drei verschiedene Darstellungsmodi, die jetzt auch in der neuen Version besser voneinander abgetrennt sind. Das heißt, die Default-Darstellung ist in diesem Textmodus. Das Ganze kann aber auch genutzt werden für Präsentation oder eine erweiterte Präsentationsdarstellung in Form von Slides. Wir nutzen hierfür diese einfache Syntax mit den doppelt geschweiften Klammern. Das heißt, doppelt geschweifte Klammern bedeuten eigentlich immer nur, dass ein Block oder eine Menge von Blocks zu jeweils als Fragment erscheinen sollen oder wieder verschwinden sollen. Das heißt, ich kann das mal im Präsentationsmodus darstellen. Das heißt, hier ist noch nichts zu sehen. Dann erscheint Punkt 1 mit den unterschiedlichen Abschnitten und Punkt 2. Das heißt, so weit, so gut. Wenn ich möchte, dass dazu noch die Texterläuterung dargestellt wird, das heißt, dieser Text wird jeweils zu Punkt 2 tatsächlich vorgelesen, dann müsste ich hier einfach nur den Ton ausschalten. Und kann sich so auch das Ganze in einer Art Live-Präsentation anzeigen lassen. Oder wenn man den Ton ausgeschalten hat, kann man das Ganze einfach zu Präsentationszwecken nutzen. Hier möchte ich gerne noch kurz auf die dritte Darstellungsmöglichkeit eingehen, und zwar Slides. Diese bilden sozusagen eine erweiterte Form der Repräsentation. Das heißt, die Texte, die vorgelesen werden, werden jetzt hier im Desktop-Modus, kann man sie links anzeigen, rechts, und sogar zur Navigation nutzen. Das heißt, wenn ich den Text wieder oder den Ton wieder anmache, und kann mir sozusagen die Inhalte dieses Dokuments noch mal interaktiv zu Gemüte führen. Das Ganze hier, nur in der Desktop-Version, wenn das Ganze ein bisschen kleiner wird, dann verschwindet das natürlich, und nur das jeweils aktuelle Element wird hier dargestellt. Das Ganze hier, nur in der Desktop-Version, Okay.